Und damit sag ich euch ein herzliches Willkommen hier zurück zu Let's Play Minecraft mit dabei ist der liebe Baki. Ah, schön. So, und wir fangen heute an mit dem Druhensorting vom allerfeinsten, würde ich sagen. Franz? Ja. Wie viel ist dein Inventar noch? Ähm, ein bisschen was geht noch. Okay, warte. Jetzt ist er komplett voll. Okay. Dann bring das mal weg und ich zeig dir dann gleich mal einen Trick. Okay, ja. So, und zwar Erde. Kommt ab sofort hier rein. So. Schön mit Erde ausstopfen, das Ganze. So. Dann gehen wir hoch zum Baki, der wollte mir nämlich einen Trick zeigen. So, ja. So, du öffnest jetzt mal die Kiste. Ja. Fixierst ein Stack mit der, äh, linken Maustaste. Ja. Gehst dann mit dem Stack auf einen anderen Stack. Rück Schiff und machst Doppelklick. Ah, okay. So geht das deutlich schneller. Okay, cool. Das ist wirklich ein cooler Trick. So kannst du auch schnelle Sachen sortieren. Beziehungsweise wenn du was losst in der Kiste. Das geht allerdings nur, wenn du von einem anderen auch noch was drin hast. Okay. Ja, cooler Trick, ey. Da bist du ja schneller fertig, als du gucken kannst, ey. Wahnsinn. Dann helfe ich dir mal ein bisschen. Wo kam jetzt Erde rein? Ähm, warte. Geigst du ja? Ja, hier ist auch noch ein Erde. Noch eine Erde, Christoph. Ach so. Oh. Ow. 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 Alter, Alter, ey. Aber in diesem Trick geht es deutlich schneller. Ja, also ich würde mal sagen, also an Erde haben wir definitiv genügend da. Ey, wenn du mir dann einmal sagst, wir haben keine Erde mehr, ne? Ich habe heute so viel Erde abgetragen. Der Bruchstein. Leider nächstes Jahr. So. Bruchstein kommt direkt daneben hin. So. So. Manchmal will das nicht so richtig, aber es muss sein. Eine ganze Kiste Bruchstein. Da oben ist nichts. Im ersten Lager. Hier oben. Hier ist ein Knotrunner, Grafmehl, Grafmehl etc. Gucken, ja, alles zu haben. So, sehr schön. Sag's euch, Leute. Wir haben so viele Fichtensaatlinge. Wir brauchen gar keine mehr. Holz. Jetzt kommt hier unten Kies rein. Kies brauchen wir ja auch jede Menge. Steinziegel bleibt, obwohl Steinziegel könnten wir eigentlich mal mit hier reinhauen. Das wird ja auch so ein Baustoff sein, den wir jetzt definitiv mehr benötigen. Stein genauso. Ey, das wird wirklich noch ein Krampf hier werden im Netzplaner. Ja, also. Oh. So. Hier weg die Schilder. Ganz kann man eigentlich auch mit unten reinschmeißen. Okay, so. Und jetzt gehen wir hoch. Gucken wir mal, was hier alles in die allerlei Truhe kommt. Allerlei Truhe. Da sind zum Beispiel Knochen mit enthalten. Da sind auch, ähm. Gießpulver. Das war eigentlich auch eine allerlei Sache. Stehen. Auch eine allerlei Sache. Hier andere Heizenkörner. Ja. Boomen. Boomen. Haben wir hier? eller Stief. Feuerstein, Feuerstein ist ja auch eine allerlei Sache. bank das kopf zählt als erz mit dazu gehört eigentlich als nahrung oder aber bei nahrung mit heizen haben wir auch genügend giftige kartoffeln kann man eigentlich in komposter hauen hier oben kommt das bearbeitete holz dann damit rein hören findet es reichen boot kommt dann auch mit hier rein auch mit hier reinhauen werkzeug oben ist nichts mehr oben ist gar nichts mehr sehr gut dann können wir eigentlich noch mal schnell eine axt nehmen können wir eigentlich noch mal ganz schnell raporti raporti machen ach ist schon weg okay ja gut dann würde ich sagen liebe leute das war es hier mit der folge vom let's play minecraft dankeschön lieber parki fürs mithelfen und wenn es euch gefallen hat gerne ein abo da ja ohne schlägerei anfangen ja los alt gemacht habe ich den wie ein profi bis dahin leute macht's gut und schlussikowski bis dahin leute bis dahin leute bis dahin leute bis dahin leute Vielen Dank.